Wo sollen wir nur hin, wenn es selbst in Deutschland im Sommer unerträglich heiß wird? Im Süden ist es ja noch heißer. Beispiel Indien. Hier wird die Dürre immer dramatischer. Die 5 Millionen Stadt Chennai hat kein Wasser mehr. Aber noch mehr. Insgesamt 330 Millionen Menschen sind dort von der Wasserknappheit betroffen. Und auch hier in Deutschland droht 120.000 Menschen in Ostwestfalen schon jetzt der Wassernotstand. Ist das der Anfang vom Ende? Clixoom Science & Fiction, hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen! Es spricht einiges dafür, dass diese extremen Wetterereignisse mit dem Klimawandel zusammenhängen. Das Problem? Konkrete Wetterereignisse kann man eigentlich meist nicht mit dem Klimawandel verbinden und ihm zuordnen. Allerdings passieren immer mehr Unwetter oder Stürme, die zumindest statistisch inzwischen deutlich wahrscheinlicher geworden sind und vor allem gehen damit immer größere Mengen Wasser auf uns nieder. Es ist also nicht nur die Bodenversiegelung, die Straßen, Häuser und Gewerbegebiete, die das Wasser immer schlechter abfließen lassen. Es regnet oder hagelt tatsächlich mehr Wasser auf uns nieder. Und dafür gibt es hier in Europa einen ganz einfachen Grund. Die Arktis verliert immer mehr Eis. Vor allem im Sommer. Und so sind immer größere Flächen eisfrei und damit wird das Wasser, weil es deutlich weniger Sonnenlicht als Eis reflektiert, wärmer. Und so verdunsten riesige Mengen an Wasser, die jetzt als Regen oder Hagel in bisher fast unbekannten Mengen auf uns niederprasseln. Und auch die Hitzewelle dieses Jahr wird mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht. Nachdem Mojib Latif, einer der führenden deutschen Klimaexperten, bisher diese Zusammenhänge immer wieder in Frage gestellt hat, ist er inzwischen überzeugt, dass hier ein viel deutlicherer Zusammenhang besteht. Was aber auch an den Extremereignissen liegt. Der Professor des Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung hat in den vergangenen Jahrzehnten den Trend zu Temperaturen über 30 Grad in den Sommermonaten festgestellt. Im Spiegel sagte er dazu, das ist ein deutliches Zeichen, dass die menschengemachte Erderwärmung das Wetter beeinflusst. Sprich, genau diesen Sommer und diese Hitzewelle kann man nicht zweifelsfrei dem Klimawandel zuschreiben. Die Häufung allerdings schon und wie hoch die Wahrscheinlichkeit für dieses Wetterereignis im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist auch. Dafür gibt es sogar einen eigenen und neuen Wissenschaftsbegriff, die Zuordnungswissenschaft Attribution Science. Hierbei geht es ganz konkret darum, herauszufinden, welchen Zusammenhang es zwischen Wetter und Klima gibt. Gearbeitet wird daran am Environmental Change Institute in Oxford. Hier ist man in der Lage, jedem Wetterereignis auch den Anteil und die Wahrscheinlichkeit des Zusammenhangs mit dem Klimawandel zuzuordnen. Für den Wahnsinns-Sommer im letzten Jahr mit einer erstmals seit der Wettererfassung komplett warmen Nordhalbkugel wurde von dem Institut eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit dem Klimawandel errechnet. Konkret war die Wahrscheinlichkeit für die hohen Temperaturen in Kopenhagen im Zusammenhang mit dem Klimawandel fünfmal höher. Möglich wird das durch den Vergleich der verschiedenen Klimamodelle in einer Welt ohne den menschengemachten Klimawandel und mit ihm. Dabei werden Simulationen gegen das Wetterereignis gestellt, das untersucht wird. Dabei werden Unmengen an Daten erfasst und mit speziellen Algorithmen durchgerechnet, die die deutsche Leiterin des Instituts, die Klimawissenschaftlerin und Physikerin Friederike Otto, mitentwickelt hat. Sie sagt zu dem Verfahren, zum ersten Mal in der Geschichte verfügen wir über die Mittel, um belastbare Aussagen über einzelne Wetterereignisse zu treffen. Das Zitat stammt aus ihrem Buch Wütendes Wetter. Mit ihrer Methode wird, so Otto, die Klimawissenschaft gewissermaßen vom Kopf auf die Füße gestellt. Und es eröffnet ganz neue rechtliche Perspektiven. Zum ersten Mal kann Wetter kausal mit dem Klimawandel in Zusammenhang gebracht werden. Und da ziemlich exakt bekannt ist, wer wie viel in welcher Weise zum Klimawandel beiträgt, können die Verantwortlichen wie Ölkonzerne, Regierungen, Stromkonzerne wie RWE und so weiter und so fort verklagt werden. Da ja alle im Wissen und Erkenntnis der Auswirkungen ihres Tuns handeln, dürfte es grobe Fahrlässigkeit sein, die hier zum Tragen kommt. Das heißt, Angela Merkel und die Chefs und Chefin der Konzerne dürften auch persönlich haften. Das wird im wahrsten Sinne des Wortes ein langer Prozess, aber man kann nur hoffen, dass er gerecht geführt wird. Laut Friederike Otto werden solche Klagen bereits mit ihren Daten vorbereitet. Ja, ihr habt euch entschieden und wollt einen Kanal zum Thema Natur und Umwelt, das habt ihr unter dem Video Ist der Klimawandel noch aufzuhalten, kommentiert und auch unter der Infocard abgestimmt. 60 Prozent waren unter der Infocard dazu und dass es hier mehr Videos dazu gibt, werden wir natürlich machen und wir werden den Kanal machen. Also, wer hat Lust mitzumachen? Schreibt an info at unitedcreators.net. Wir brauchen Moderatoren, Moderatoren, Leute, die recherchieren, die schreiben und so weiter und so fort. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und hier geht's weiter mit Ist der Klimawandel noch aufzuhalten? Natürlich anklicken, anschauen und klickst um Science & Fiction abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis dann, bleibt dran!